Jetzt brauchen wir uns nur noch merken, was was ist. Das ist die Fläche von dieser Eistüte da. Das ist sozusagen der Mantel. Die Oberfläche ist der Mantel plus die Grundfläche. Und der Mantel, das haben wir uns vorher angeschaut, das ist das S² mal Pi mal Alpha durch 360 plus R² mal Pi ist die Grundfläche. Da könnten wir jetzt gleich einsetzen für S². Das sehen wir da, ist R² plus H². Da steht schon da, S² ist gleich R² plus H² mal Pi mal Alpha durch 360 plus R² mal Pi. Man sieht schon, die Formen sind da ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, man kann sich das recht gut zusammen denken. Und jetzt viel Spaß beim Üben.